Wir fahren jetzt nach Mbari und spielen dort für die Kinder. Mbari war der Hotspot der Cholera, einer der ärmsten Vororte von Harare. Das wäre jetzt wahrscheinlich der allerspannendste Teil unserer Reise. Da sind jetzt 170 junge Leute zusammengekommen, die alle in der Familie Aids-Verwandten betreuen. Und sie freuen sich jetzt schrecklich auf so ein Konzert. Ich hatte höchstens 120 erwartet. Jetzt sind schon 170 da. Es ist wirklich ein Freude für uns, hier zu spielen und für euch zu spielen. Wir haben im Haifa-Festival gespielt. Und wir wissen, dass ihr nicht auf dem Festivall konntet. Und so haben wir entschieden, dass wir hier in Mbari kommen. Und wir sind sehr glücklich, dass wir St. John unterstützen. Und wir sind sehr glücklich, dass sie euch hierher offeren. Danke. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018